So, es wird wieder mal Zeit für ein neues Video. Diesmal geht es darum, Blitzschäden zu beseitigen. Ich habe euch mal was aufgebaut. Das sind solche LED-Streifen, wie sie in verschiedenen LED-Lampen verbaut sind. Hier unten eine Anschlussbuchse. Und manche haben auf einer Seite einen Kurzschlussstecker. Das ist hier. Und ihr seht ja schon, wenn ich euch die mal in die Kamera halte, dass er hier bei den LEDs so schwarze Punkte hat. Das ist die typische Sache, wenn ein Blitz eingeschlagen hat, noch nicht ganz so hart getroffen hat, ist der Punkt ein bisschen dunkler. Ja, normalerweise dürfte gar kein Punkt zu sehen sein. Hier seht ihr schon, dass es auch eingeschlagen hat. Jetzt ist die Frage, sollte man sich jetzt eine neue Lampe kaufen? Weil, man muss sagen, also drei solche Streifen in so einer Lampe und ein LED-Treiber, der schlägt mit 40 bis 60 Euro zur Buche. Jetzt ist die Frage, kriegt man es billiger hin? Kann man das einfacher reparieren? Ich würde sagen, das geht. Das lohnt sich auch. Und man hat die Möglichkeit, bei den Lampen, die sonst immer Kaltlicht machen, auch Warmton-LEDs einzusetzen. Hier sind wahrscheinlich neutralweise drin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Also, ich habe hier einfach mal ein Brett genommen und habe zwei Meißel aufgelegt. Und diese Meißel lege ich so drauf, dass sie mit dem Eigengewicht auf dieser Buchse liegen. Also hier und hier. Und zwar so, dass die zwei äußeren LEDs noch vom Luftstrom getroffen werden, den ich jetzt gleich springe. Und dann nehme ich einfach einen kleinen Schaumzieher oder einen größeren und schiebe es die LEDs runter. Und achtet bitte darauf, dass die nicht im Gegengrund fliegen, die Dinger. Das ist für die Vögel ein großes Problem. Deswegen immer schön einsammeln das Zeug. Ein bisschen anwärmen. Und wenn genug Temperatur gekommen ist, immer schön von oben. Und immer darauf achten, dass es ein metallischer Untergrund ist, damit sich diese LED-Leistnisse stark erwärmen. Unter den LEDs verbindet sich ein Kleber, der erst erweichen muss. Das geht also nicht zugleich. Man braucht viel Geduld. Und nach einer gewissen Zeit merkt man, dass sich die LEDs unerschützen lassen. Jetzt geht es los. So, und wenn die erste weg ist, schiebt ihr den Strahl einfach bitte hinterher. Und dann geht es eigentlich schön. Nächste gleich. Das geht manchmal nicht gleich. So, und dann sammeln wir hinterher die Dinger ein, damit nicht irgendwelche Vögel die abpicken. Und das geht am besten in dreien, weil das doch ziemlich ließt. Also der Kleber, der da drauf ist, ist nicht gerade gesundheitsverbrauch. Sondern das macht man am besten in dreien. So, und schon ist das erledigt. So, ausmachen. Und wenn ihr jetzt hier eine Weile gemacht habt, seht ihr das hier. Dieses ganze Zeug muss nicht unbedingt in der Natur rumfliegen. Das tut man dann einfach beim nächsten Sperrmüll, nee, Elektronik-Sonderposten-Entsorger einfach mal mit abgeben. Da gibt es solche zentralen Sammelstellen. Gehört eigentlich nicht in Hausmüll, das Zeug. Ja, da kann man viel ablöden. Das dauert eine Weile, bis man da eine ansehnliche Küste zusammen hat. Aber bitte nicht in die Umwelt. So, das war die eine Sache. Jetzt haben wir noch eine Geschichte, die zu den LED-Treibern gehört. So, das ist der zugehörige LED-Treiber. Und wie ihr seht, hat der Blitz hier ordentlich gebütet. Hier ist direkt schon ein Draht weggebrannt. Man sieht, dass hier einen Lichtbogen gegeben hat. Und hier auch das Gehäuse verschmort. Hier so sieht es innen aus. So, also hier muss etwas Neues ran. Hat auch keinen Sinn, da dran rumzulöden, obwohl die Leiterplatte noch einigermaßen gut aussieht. Aber das gehört einfach dann entsorgt. Auch wieder bei den Elektronik-Entsorgungsmöglichkeiten der zentralen Stadtwerke. Ja, was machen wir dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, es gibt Konstant-Spannung und Konstant-Strom-Module. Das ist ein Konstant-Strom. Und man muss jetzt folgendes machen. Man muss sich jetzt hier diesen Strom angucken. Hier ist ein Strom drauf, fest, wie man sehen, ob die Kamera scharf stellen kann. Ja, genau. Hier ist ein Strom. Und das angegeben mit 260 mA. Im Bereich von 22 bis 87 Volt. Was sagt uns das? Das heißt, diese LED-Treiber regeln keinen Konstant-Strom im kompletten Bereich, sondern haben einen bestimmten Spannungsbereich, wo dieser Strom mit, was steht hier, plus minus 10% eingeregelt wird. So, 10% ist bei einer LED gar nichts. Da ändert sich die Helligkeit nicht. Aber es sollte kein sehr großer Bereich sein. Und der Spannungsbereich, der sich ergibt aus einer einzelnen Diode, in der Reihe geschaltet, der muss in den Bereich zu liegen kommen, der hier mit 22 bis 87 Volt angegeben ist. Und jetzt müsst ihr gucken, wie das geschalten ist. Mit einem Ohmmeter kriegt ihr ganz schnell raus, dass hier immer zwei LEDs parallel geschalten sind. Und jede parallel geschaltete Gruppe hintereinander, wenn eine LED, da sind ja mehrere drin, 3 Volt hat, dann haben alle zusammen 3 mal 4, 12 Volt. Also 12 Volt wäre das Mindestangebot. Und wenn drei Streifen verbaut sind, sind wir also bei 36 Volt, die normalen Strom erzeugen und ab der das Modul dann regeln müsste. Das heißt, der Spannungsbereich müsste, also ein LED-Streifen, bei 36 Volt zu liegen kommen. Das kommt er. Und der Strom muss jetzt so bemessen sein, dass er bei einer LED, die liegt zwischen 125 und 150 mA, zwei parallel verdoppelt den Strom. Also liegen wir hier bei den kleinen LEDs, die sind mit 125 mA gelistet und bei den großen bei 150. Zwei parallel gibt also dann 300 bei den 150ern. Ich würde euch empfehlen, nehmen die neueren, die 150 mA, das sind 3 mm mal 5,7 mm LED-Module. Die werden einfach jetzt untergelötet und hinterher dann wieder aufgelötet. Ihr könnt dazu wieder Heißluft verwenden, ich mache es nicht. Ich nehme einfach Elektronik-Zinn und ganz dünn und löte die ganz normal wieder auf mit einem klassischen Lötkolben. Aber geregelt. Bitte darauf achten, dass das immer schön gekühlt wird. Das sind Aluminiumleisten, die auf der Vorderseite mit einer LED-Folie bedampft sind. Und das müsst ihr auch darauf achten, dass beim Heißmachen hier vorne diese Steckverbinder nicht mit sich lösen. Deswegen lege ich also hier was auf, damit die schön am Platz bleiben. Und dann hat man eine gute Chance, dass man die LED-Streifen wieder retten kann. Ja, und diese Konstantstromquellen müsst ihr jetzt gucken. Bei diesen seht ihr ja, dass keine Widerstände drauf sind. Die haben also einen Konstantstrom. Das sind alle LEDs, zwei parallel und alle zusammen in Reihe geschalten. Und dann wiederum drei Streifen in Reihe. Gibt dann 36 Volt. Und die werden strombegrenzt angesteuert. Das heißt, ihr braucht also so einen LED-Treiber, der mit Konstantstrom arbeitet. So, nun fragt man sich jetzt, zu was nimmt man dann die anderen Sorten? Die anderen Sorten nimmt man für LED-Streifen, wo Vorwiderstände auf der LED-Zeile schon mit verbaut sind. Man sieht also, dass immer eine LED ist, ein Vorwiderstand und so weiter. Und diese gibt es in der Regel für 12 Volt. Deswegen sind die Konstantstrom-Treiber auch mit einer festen Spannung angegeben. Und die Konstantstrom, seht ihr ja hier, mit einer variablen Spannung und einem festen Strom. Daran erkennt man sie eigentlich. Ja, kann man ab so drei, vier bis sieben Euro kaufen über China. Und im Baumarkt liegen die bei immerhin 16 bis 20 Euro. Also man sollte lieber dann sich mal ein paar herlegen für die LEDs, die man häufig im Haushalt hat. So dass man also auf chinesische Sachen zurückgreifen kann. Weil hier sind sie ab drei, vier Dollar zu kriegen. Und im Baumarkt dann, ja, liegt man dann zwischen 15, 20 und 25 Euro. Habt ihr schon gesehen, obwohl auch nichts anderes drin ist. Bitte aufpassen auf den Strom. Der Strom darf nicht höher sein, als die Schaltung erlaubt. Wenn das LED-Zeilen sind, in der jede einzelne LED in Reihe geschalten sind, dann müsst ihr euch das ausrechnen. Dann zählt der Strom an der einzelnen LED. Bei diesen Modulen sind immer zwei parallel geschalten, also wird das verdoppelt. Und die neueren haben alle 150 mA, die alten 125. So, gut. Dann hätten wir das da. Und ich hoffe mal, ihr habt Erfolg, wenn ihr mal solche Blitzschäden beseitigen wollt. Und ihr könnt dann die LEDs hier runter machen und das mit neuen bestücken. 100 LEDs sind so gepreist zwischen 7 und 10 Euro bei Ebay. Im Einzelhandel werden es natürlich deutlich mehr. Das lohnt sich nicht. Also da auch wieder Bestellzeiten einplanen. Da lieber sich mal 100 Stück herlegen. Und mit 7 Euro kommt man da also schon 2-3 Jahre hin, wenn da mal irgendwas ausfällt. Außerdem immer die Möglichkeit nutzen, auf Warmton zu gehen. Warmton ist das angenehmere Licht. So, dann werde ich das Video mal beschließen. Und wir gucken uns mal an, was man noch alles so beim Blitz verlieren kann. Um, ja. Vielen Dank.